Wow! E.G. und Donkey Kong. Uiuiui. Also vor Donkey habe ich Angst, vor Luigi nicht. Weil Donkey Kong durfte härter zuschlagen. Wobei, wenn ich an das erste Turnier denke, auf dem Grünbüschel-Dings da, wie D.K. da verkackt hat, der alte Lappen. Alter, das war schon peinlich. War man nicht ganz so volldammt. Man weiß nicht genau, wo ich gerade hingeschlagen habe. Aber das macht ja nichts. Yay! Rennen! Speed! Bats! Ja, wobei, ich glaube, ich habe gar nicht mal so dumm geschlagen. Da muss denn mein Ball hingeflogen. Was soll denn der Kack? Du Arschloch-Ball! Ich hasse es. Ich meine, ich war schneller als die anderen, aber trotzdem. Das ist doch kacke. Was heißt das jetzt? Punkte-technisch? Ach ja, Donkey Kong kriegt drei Punkte. Warum? Ich war am schnellsten. Aber ich habe halt einen Schlag mehr. Ich habe einen Bogey. Ja gut, wir liegen also auf dem letzten Platz. Das ist ein super Start für uns, glaube ich. Oh, hoffentlich kommt der an. Hoffentlich kommt der an. Bitte komm an. Ja, ist er. Okay. Ich schmeiße die jetzt dann gleich mal aus dem Weg. Oder? Ja, wobei, ich konzentriere mich lieber aufs Schlagen. Ja, 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 ja. Du bist doch scheiße, du blöder Ball! Das war ein Birdie! Ich sag ja, das... 32 Sekunden, drei Schläge. Okay, Donkey. 48 Sekunden, drei Schläge. Komm, jetzt muss ich mal drei Punkte bekommen haben. Ja, Mann! Drei Punkte! 4-4 gegen... Donkey-U-Plutscher! Hahaha! Und? Schöner Schlaf! Ich hasse Bäume! Ich hasse Bäume, ich sag's ja. Wo rennt der denn hin? Sommer! Hey, ein Nimmte 10! Double Boogie! Fuck you! Scheiß Baum! Donkey hat einen Boogie und Luigi hat auch einen Double Boogie. Dann wird Donkey die drei Punkte bekommen, weil er weniger Schläge gebraucht hat. Die anderen. Ich müsste die zwei Punkte bekommen. Das heißt, Donkey fügt jetzt mit 7 zu 6 gegen mich. Richtig? Ja! Ja! Und? Und? Ja! 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 Achtung! Ja, äh, kriege ich aber einen Schläger, mit dem ich danke. Ah, eine Sekunde langsamer als Luigi, das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich jetzt nur einen Punkt? Weil ich den Schlag mehr gebraucht hab. Ey, das dann... Boah! Das fuckt mich das ab, ey. Und dann wirst du auch ständig Zeitdruck, weil du ja guckst, was du so schnell bist. Ja, weißt du was? Ja, weißt du was? Ja, weißt du was? Was hat er denn jetzt gemacht? Wieso hat er den Schläger geändert? Was hat denn den Schläger ohne meinen Zutun geändert? Äh, ich kann praktisch aufgeben, sonst soll ich ihm das aufholen? Ich sag ja Betrug! Das ist nicht anders als Betrug! Das ist nicht anders als Betrug! Ich glaube, die brauchen richtig vier Schläge. Oder fünf, wenn er es überhaupt schafft. Ich bin immer noch ein Letzter. Ich habe bewusst keine volle Stärke gegeben. Laufen sollte ich auch. Schöner Schlag. Auf den Brünen. Pack den Birdie. Das wird doch verarschen. Ich gebe extra viel mehr Dampf und Rotz zu wissen. Das ist kein Birdie. Jetzt haben wir alle wieder 14. Geil. Loch Nummer 8. Gut. Das war's. Komm schon, dreh dich doch rein! Du bist doch ein Arschloch-Ball! Ich hab' die 3 Punkte! Safe! Luigi verkackt wieder, okay! Da ist ein 1 Punkt, da ist es 15, Donkey 16, ich 17! Ich führe mal mit einem Pückchen Vorsprung! Das sieht so aus, wir haben 3 Meter Wind gegen uns! Einfach konzentriert weiterspielen! Ja, ich hab' die 3 Punkte! Ja, ich hab' die 3 Punkte! Ja, ich hab' die 3 Punkte! Nimmst du den Ball jetzt an? Hallo! Oh! Ich hab' mich das manchmal abfuckt, ne? So! Party! Party! Ich hab' grad' mal ein Stück Trink-Stück-Löcher! Ja! 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 Ich hab' ein 7 Meter Wind nach vorne! Was ich jetzt mache ist eigentlich komplett bescheuert, aber ich versuch's trotzdem! Ich bin jetzt mal richtig risikofreudig! Ah, Donkey auch, die gleiche, die ihr gehabt. Ich hasse dich. Ja, 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 oh, komm schon. Immerhin die schnellste Zeit noch rausgeholt. Das war das Wichtigste. Weniger Schläge und die schnellste Zeit, aber das ist ja der, 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 der große Knackpunkt hier. Oh. Ey, wenn die so weitergespielt hätten, wie am Anfang, wo ich ja zwei hinten lag, ich hätte das nicht mehr gewonnen. Aber jetzt bauen die nur noch scheiße gerade. 23 zu 19 zu 18, das sieht gerade ganz gut aus tatsächlich. Aber das kann sich auch genauso schnell wieder drehen. Ich bleib' jetzt mal risikofreudig. Es hat sich ja bislang ausgezahlt. Also, who knows. Maybe Sistrend will go on. Ach, schade, ich hab' nicht mehr genug Power gehabt. Naja. So, jetzt hab' ich das Problem, ich habe einen Baum vor mir. Ich hasse Bäume. Bäume sind kacke. Ich könnte natürlich aber auch einen, äh... Das ist kacke. Das ist das kacke. Jawoll! Das ist das kacke. Was hab' ich gerade für uns alle nicht so, hä? 1,23 Ja, das geht besser Da hat sich mein Risikoschlag nicht ausgezahlt 1,29, okay Ist man verkackt Boogie So, das heißt Ich hab jetzt 6 Punkte Vorsprung Konnte meine Führung ausbauen Und wenn ich Kacke gespielt hab Das ist auch witzig Ich weiß, ihr wisst grad noch nicht ganz Was ich vorhabe Aber glaubt mir, es ist genial Über das Herz drüber zu springen Übrigens auch Das war ohne Witz mein Plan Das ist doch scheiße Das war nicht mein Plan Ich hasse Bäume Oh Abluigi So Roll rein, roll rein Ja Donki ein Boogie Luigi auch ein Boogie Double Boogie Alter, was machst du denn Das gibt Strafzeit Oh ja Richtig böse 29,22 7 Punkte Vorsprung Läuft gerade Sehr, sehr gut für uns Oh ja klar Donki landet natürlich direkt auf dem Grün Why not Ich bin trotzdem Furcht drin In 22 Sekunden War nicht so geplant Ich wollte eigentlich aufs Green rollen Aber gut Donki 33 Sekunden Die 35 Sekunden Alle drei Schläge Ich war der schnellste Ich krieg die drei Punkte Führungsausbau Acht Punkte Vorsprung Leute, langsam müsst ihr euch anstrengen Jetzt hab ich die große Fresse Und gleich wieder nicht mehr Ja, macht ihr nur, ne Macht ihr nur Ich war noch in der Luft Mich könnt ihr damit nicht treffen Der blöde Lutscher kann es aber Ist mir egal Du bringst mich In eine gute Bahn Das war jetzt sehr viel Risiko Aber ich musste schnell spielen Sonst wäre Donki vor mir drin gewesen Unter Umständen Weil Luigi baut gerade echt ab Der hat ja jetzt schon Drei Punkte Und schon auf DK Und ich hab neun Punkte Vorsprung Auf Donkey Kong Und zwölf auf Luigi So Luigi Der kann mich glaube ich nicht mehr einholen Wobei Bei immer zwei Punkten Abstand Und noch ich glaube Vier Löchern zu spielen Könnte er noch Könnte er noch Acht Punkte auf mich auf Nein, der Klapplo Ich kann mich nicht mehr kriegen Ich kann mich nicht mehr kriegen Das hab ich Schon durch Und Donki fast Donki Wobei Hab ich ihn schon Acht Punkte Wir haben einen neuen Könnte auch reichen Er kann noch auf 38 Kommt Ich würde ja mindestens Ja, er kann mich auch nicht mehr kriegen Er kann mich auch nicht mehr kriegen Ich hab eigentlich schon Ist am Anfang noch rumjammern Und dann gewinnst du locker Ey, weißt du was Ich geh jetzt mal Ich mach jetzt mal Komplett hier Baller, baller Bam In die Wüste Mitten ins Geseilte Also ins Gebüsch Ist vollkommen irre Was ich hier mache Aber hey Riechen Risky Jetzt einfach mal so ein bisschen Das hat sich gerecht Das hab ich nämlich Nicht gut ausgespielt Hätte es besser ausspielen können Ja Haha Donki holt sich drei Punkte Ja komm Ich wollte es mal riskieren Mit einem vollen Powerschlag Hätte ich es besser ausgespielt Hätte meine Socker gewonnen Aber leider Hab ich es halt nicht gut ausgespielt Und dann haben wir verloren Und Ich hasse diesen Drecksbaum Ähm Komm ich jetzt überhaupt rüber? Ja komm Ja komm Wie komm ich jetzt da durch? Ich hab keine Ausdauer mehr Oh nein Nein Ääää Oy Alter Der hat sie So Ja, 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 auf den Green, auf den Green, auf den Green. Hallo, Ball? Ach, zum Beispiel. Ja, ich war vorhin drin. Ja, ja, gleichzeitig habe ich ihm einen Schlag mehr. Warum denn? Wieso habe ich einen Schlag mehr als der? Wo kommt dieser Schlag her? Hä? Ich habe drei bis... Ja, gut, da habe ich ihn fünften rausgeholt, auf den Green. Und Gronkhie sieben sind, der hat ihn geschafft, ey. Ist das ätzend. Aber mein Vorsprung ist dadurch trotzdem praktisch wiederhergestellt. Also so gut wie ein Punkt fehlt. 38 zu 30 zu 28. Also Luigi kämpft noch um Platz 2 so ein bisschen. Wir hoffen, wir haben auch nicht. Und... Ich hasse Bäume. Ich hasse Bäume. Und ich schlage nicht direkt zum Loch rüber, weil er... dieser Baum ist. Ich kenne mein Glück, ich lande im Baum. Kannst du vielleicht mal... Oh, ich hasse Eis, ne? Äh, was? Eeeh! Könnest du hart! Immerhin noch Platz 2 geholt. Immerhin noch die zwei Punkte geholt. Donki nur ein. Das heißt, ich habe mal neun Punkte Vorsprung wieder. Herzlich zu 31. Oh, Luigi ist auf Platz 2, wenn das besser geht, bis jetzt hatte. Weil jetzt zwei Kurse in Folge... Also zwei Kurse, zwei Bahnen in Folge... Äh... Schöner Schlag! Ja, gut. Das haben wir jetzt alle sehr schlau gemacht, weil ich glaube nicht, dass wir hier dran vorbeikommen an dem Vieh. Irgendwas sagt mir, das wird nix. Ich riskiere es, aber... Ja. Schöner Schlag! War mir ja fast klar, dass es passiert. Ja, toll. Ich komme doch da gerne drüber. Ich komme doch noch gar nicht drüber. Ich habe auch ein bisschen viel Glück. Oh, ich hasse diesen Kackball manchmal. Oh, ich hasse diesen Kackball manchmal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Geschafft. Wir haben gewonnen, aber trotzdem. So eine Scheiße. Statt dem Silber hast du nun das Gold-Abzeichen. Super! Dafür erhältst du einen Preis von 1000 Münzen. Wir sind jetzt ein Fünf-Sterne-Spieler. Und wir haben Level 56 und vier Punkte zum Ausgeben. Da macht doch hier mal Reichweite. Ähm... 97. Das langt. Und wir würden auf jeden Fall wieder Dings verlieren. Mal ausdauern. Und dann die nächsten beiden Level-Ups wieder im Maxen von dem Volk da. Klassisch, Rapsen. Ich bin ein bisschen stolz am seines funkelnden Gold-Abzeichens. Wie zum Fick ist das passiert? Warte mal ganz kurz, Leute. So, wo war ich schlinke? Ach ja, wie zum Fick ist das passiert? Ja, naja, egal. Du darfst nun zum Berg-Puderhut. Weißt zwar nicht ganz genau, was du dort oben so schönes vorhast. Aber ich wünsche dir trotzdem gutes Gelingen. Hoffentlich verreckst du da oben. Pass auf dich auf, mach ich natürlich. Tschüss. Das ist schon verstanden, Toad. Ich hab das schon verstanden. Du Drecksack, du Elender. Ja, wir haben gewonnen. Ich hab ein bisschen viel riskiert zwischendurch. Ja, das mag sein. Ähm... Aber ich glaube, das konnten wir uns erlauben an diesem Punkt. War witzig. Aber brauche ich ihn nochmal. Okay, wir können zum Berg-Puderhut, Leute. Was uns da erwartet, dass wir in der nächsten Folge... Vielen Dank fürs dabei sein, fürs Einschreiben, fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann ganz gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Das würde mir sehr helfen. Würde mich sehr freuen. Das macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schwabze. Ciao.